So, die nächste Flöte ist wieder eine Shaquatchi aus weißem Bambus. Den kann ich euch auch 30% preiswerter anbieten, wie die Shaquatchi Negra, die ich vorher erklärt hatte. Das liegt daran, ich binde sie nicht. Es entfallen auch die 12 Monate Restaurationsgarantie. Und das hat nichts zu sagen, die Flöte ist gut. Also von innen habe ich sie mit Shellac gefüllt, geschüttelt und austropfen lassen. Und von außen merven. Also so oft lackiert, bis ich denke, die Flöte ist in Ordnung. Das ist mit Shellac lackiert. Ich habe eine Allergie gegen Lösungsmittel. Also, Sie können mir trauen, dass man daran riechen kann. Shellac ist Naturprodukt, das ist was ganz Feines, damit macht man die Möbel und so. Was echt Schönes. Ich spiele mal vor. Ich merke gerade, das Rie ist nicht so gut gestimmt. Das ist also diese Öffnung. Daher werde ich dieses Loch hier einen halben Millimeter breiter machen müssen. Die habe ich gerade vorher gemacht, also sie ist noch gar nicht so richtig fertig. Man kann auch sehen, dass dieses Loch ein bisschen kleiner ist. Ja, die müsste noch ein bisschen größer werden. Da habe ich mich jetzt sehr beeilt. Aber die Flöte ist gut. Und auch das Rie müsste ein bisschen größer werden. Also diese beiden Löcher werden einen halben Millimeter größer werden. Ich glaube, der hier sogar vielleicht einen Dreiviertel Millimeter und der einen halben Millimeter. Mal schauen. Also, diese Flöte kann ich Ihnen, Sie kennen ja meine Shaquatchi Weiß Edel von meinem Shop. Diese hier kann ich 30% Preiswerte anbieten. Bedingung ist, 12 Jahre Restaurationsgarantie entfällt. Das heißt, wenn jetzt in den 12 Monaten aus irgendeinem Grund, jetzt nicht wenn Sie da gerade am Baden gehen oder so, aber ein kleineres kommt es eigentlich auch völlig unschädlich. Aber schicken Sie die Flöte ein, in der Regel, und dann binde ich die, restauriere sie. Und die bricht irgendwo anders, aber nie dort, wo sie restauriert worden ist. Das kann ich Ihnen nur anbieten, wenn die Flöte gebunden ist. Ich kann diese Flöte auch ungebunden verkaufen und dann können Sie die mir nur einzeln bestellen oder gar nicht. Ziel ist, Ihnen tatsächlich eine preiswerte Flöte zu ermöglichen. Ja, so. So, ja, das muss jetzt ein neuer Film werden. Ich mache mal Feierabend.